der andere noch mal prüfen können wie sieht dein leben aus ich bin fast voll mir ist alles gut wo bist du eigentlich bin runtergelaufen jetzt um war ja nichts mehr machst du kommen einfach durch ja 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 ich habe mir gehört du auch hörst du mich wie bitte ich habe eine mietze gehört ich auch sagte ich was zeitgleich die gleiche gesagt hast du sie gesehen noch nicht bei mir kam es hat sich hier richtung baum grad gelaufen sind rechts in der ecke ich sehe es nicht ach doch da ja ich habe sie bekommen aber das war auch die erste blaue wieder das andere waren immer diese extra dinge das noch ein gegner vor diesen gegner vorsicht wir sind überall gegner um sich über gegner da unten ja da müssen wir hin wenn ihr vor dir war auch noch eine erste lang gelaufen ich habe keinen gesehen bei mir ok skorpione sehr gut sehr gut dass es kaputt sind oder das ist jetzt kaputt bezeichnet habe das zweite also ich würde vermutlich sogar sagen dass ich die gar nicht ganz auf dem feld killen wollen würde bevor wir da hinkommen du bist hier der scharfschützer muss schon sagen ich bin einfach ein legendärer schütze vier headshots in folge 5 6 wobei mit einem scharfschützengewehr auf ziele die sich naja nicht 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 bewegen aber es ist kein scharfschützengewehr wie du denkst das ist genau gleiche kippe und kommen wie du hast aber die streuung ist das nicht so enorm wie eine pistole sehr gut ich bin mal auf die nächste katze gespannt dann mache ich die auch mal vor dir oder ich mache sie damit du aber die letzte habe ich ja nicht bekommen die du gemacht hast jetzt müssen wir es ja andersrum noch probieren bei einer nicht blauen katze ich kann nicht mehr sagt er nicht gerade dass er so legendär ist die sind zu weit weg ja gut das ist halt ein sniper aus 19 jahrhundert ok sie sind ich sehe was aber ich glaube nicht dass man also ich kann kann es nicht anvisieren da müssen wir noch hier kommen oder man macht es von der brücke wahrscheinlich sind alle tot da drüben aber die brücke ist nicht unten wir sollen sie auch noch runter lassen hat dann hast du so viele kisten mitgenommen das wird wieder hier das ist die kistenkriege des few problems the camp is over by well in round or two hast du die brücke untergebracht gab es heute was man anschließen konnte so da ist eine katze wieder moment und das war eine relikt katze keine blaue ok wo hast du sie nicht bekommen da auf der kiste saß sie tatsächlich das hat doch aber damals funktioniert hätte ich jetzt auch gemeint aber vielleicht mit zunehmenden level ist das nicht mehr so oder wir haben gerade ein bug ich weiß es nicht siehst du darüber noch ein gegner ich sehe keinen mehr rumlaufen die spawns sicher wieder neu wenn wir da sind das glaube ich nicht mal hier ist eine kiste zwei sogar ich habe keine muni mehr hier ist muni direkt hinter dir sehr gut die andere kiste machen wir mal hier ist der raum der raum leuchtet für die tür ist übrigens ja der raum ist erleuchtet stimmt dass man alle basen kaputt machen was gibt es auch ein tipp und dafür dass der 5.000 war sogar so ich höre was die tür geht auf als ich auf den schalter bin um ein ganz herum sind über gegner oh mein gott oh mein gott oh mein gott so viele gegner ich würde warten dass ein paar mehr gehen also da würde ich meine meine dynamit zünden ok sind wir leider nicht so praktisch wie ich dachte ich hab's etwas zu nah platziert man kommt doch jetzt schon durch hier kommt doch irgendwas jetzt müsse ich niesen alter während des campes Ich bin so ein Noob. Ich habe meine E benutzt, weil er E stand. Oh, das ist er studiert. Das finde ich auch mal komisch. Das heißt aber eigentlich nur, dass er den dann anvisiert, glaube ich. Naja, der benutzt das Auto. Wenn der E steht, dann drücke ich halt E. Ich denke, das ist so ein Darker-Wang. Loh. Alle tot. Aber es ist gut, das Blaue, das füllt mein Link wieder auf mein Amulett. Was macht das? Das Blaue füllt dein Amulett wieder auf. Das ja. Ich dachte, du hast Leben gesagt. Nein, nein. So ein Magician bin ich dann doch wieder nicht. Das war ja ein Lammweiler, der Kampf gerade. Da liegt noch was Glänzendes, oder? Wie ist es mit deinem Leben bestellt? Na ja, drei Viertel würde ich mal sagen. Dann nimm du das. Dann hätte man noch einfach einen Schalter machen können, als dass wir da unbedingt beide ziehen müssen. So ein Final Descent to our Destination beginnt. Jetzt ein Sniper. Oh, Scharfschützer. Die Weisen Schützen. Damit kein Headshot gegeben. Ich bin so schlecht. Ich wollte es auch gerade sagen. Da geht es ganz schön tief noch. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt da schnell auf die andere Seite kommen. Ich habe mir Mietze gehört. Ich habe mir Mietze gehört. Ah, hinter mir ist sie. Ich schieße mal ab. Sag auf, du bekommst. Ja, das ist blauer. Ja, das ist blauer. Ah, schon runtergebumst. Schön am Arsch bekommen, äh, den Typen. Ja, ist auch wohl ein Schützer. Hab ihn. Ah, das ist gut. Ritzel. Aber ich würde mir vorstellen, dass es da weitergeht. So ein Memory-Ding wieder. Naja, aber hier kann es nicht weitergehen, weil das habe ich gerade freigeschossen mit einem... Also da war erst ein Holzbrett gewesen, dann ein Dynamitfass. Das ist kein Hauptweg. Das ist immer deins. Ach, Memory wieder. Scheiße. Puzzle. Wie will unser Hero solange so etwas lösen? Ne, wir müssen warten. Das geht, dreht sich gleich um. Da muss man die Grünen. Also eins... Unten links und oben links. Also eins, 13, 14, 5. Naja, das funktioniert nicht. Ähm. Ne, ne, warte mal. Also wollen wir uns das als Zahlenmark... Also wir haben 16 Felder, das heißt eins... Es ist einfach... Grat, Alter, ich bin zu blöd zum... Ja, okay, dann stell dich bitte auf die Plattform hinter dir, dann geht das Rätsel jetzt um. Ah, okay. Okay, aber hinter dir ist noch was? Warte, ich schieße es hinter dir ab. Jetzt noch. Ja, ich weiß auch, was es ist. Oben links, ne? Genau. Bäm! Wie er das Rätsel gelöst hat! Oh, ne, mein erstes. Ich habe schon wieder tausend Gold bekommen. Ich glaube, wir sind vom Gold her ein bisschen... Naja, wir sind fast gleich. Er ist eine richtige Goldmaschine, dieses Level. Hallo, ich kam nicht mehr raus. Jetzt geht's. Na, dann hau rein. Zum nächsten Mal. Ich lasse dich hier einfach verhungern. Ja, 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 ah, du bist ein Sack, ey. Du hast auch dran gedacht. Natürlich habe ich dran gedacht. Die sind halt Arschige. Ah, hier ist noch eine Kiste, habe ich gesehen. Ein Arnicious Puzzle? Well, ich habe nie... Was hier? Noch ein bisschen Gold. Mal 500. Wenn ich den Umweg nehmen musste. Habe ich gern gemacht. Hm. Du bist der netteste Mitspieler, den ich kenne. Ich weiß. Die Wände sind cool. Die Türen gehen runter. Wenn eine geheime Wand hätte ich gern zu Hause. Schieß noch auf diesen... Bäm! Und auf das andere auch noch... Auf das andere auch noch... Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich kann es nicht sehen. Alter! Hier ist noch eine dritte Tür. Die sich moved. Ah, verkackt. Ah, du Scheiße. Haben wir es verkackt? Nein. Wahrscheinlich müssen wir alles gleichzeitig... In einem Rutsch machen. Ich nehme die rechte und du die mittlere und links, ja? Aber ich vermute mal, die sind schon. Ne, sind sie nicht. Ne, die sind wieder... Es hat sich angeheizt, ob die wieder resetten wurden. Okay, jetzt müsste alle die senden. Splendid work. Ich will da mal E drücken, ja? Ich brauche eine starken Kapptee, nachdem das zu sehen. Aber... Achso, die Tür ist einfach so aufgegangen. Boah, wie tief das geht. Uiuiui. Weil wir haben auch ein bisschen was zu machen. Ich glaube, wir haben den King. Ja, aber man ist ja schnell unten. Schützer. Verschwindet. Nein, Mann, sieh, damit ist runtergefallen. So eine Kacke war auch. Nein, aber auch. Aber mit meiner neuen kann man auch nicht mehr so gut schießen. Ich dachte, du hast so eine, so eine Hauptgranate. Ich habe die ausgetaucht, ich habe mir eine neue gekauft, die macht mehr Schaden und hat einen höheren Radius. Aber die letzte... Uah, hier ist ein Gegner oben. Ich könnte auf jeden Fall mal einen Tranke machen. Zieh der einen rein? Ich habe keinen. Was ist so? Ich habe den letzten Sieg gut leben. Sehr edel von dir. Das ist nur das, was ich brauche. Wüsste ich doch, dass es da rein geht. Aber hier ist nichts euer Geld. Langweilig mit Geld. 500 Gold hat er mir bekommen. 500 hat er. Hast du das vor mir gesehen? Ja. Die Anzeige unter Tab aktualisiert sich instant. Und die Anzeige bei dir zählt hoch. Da ist es zuletzt die Anzeige in der stone Church. Der nehme ich, der nehme ich, ist es meiner. Hier ist es noch ein Tranke. Hier ist es noch. Ben, hier, nehmen wir es noch einmal. Hörst du mich? Ja. Ich kann das nicht auch nehmen. Naja, dann lass das Scheiß Ding los, alter. Ich bin schon nett für den fucking krank zu geben. Ich könnte hier wirklich noch einen Stein reinpacken, aber ich habe ja eh bald eine neue Waffe. Hier sind, ich wollte gerade sagen, recht viele Fässer. Hier kommt bestimmt gleich was. Oh, da kommt schon da so hässlich, der hat mir nur Taubus, alter. Aber da sieht ein bisschen kräftiger aus. Tschäpsch. Vor allem so wenig Platz hier unten, oder? Ja, das ist der Boss. Hier, er nimmt das. Und das. Alter, das Dynamit explodiert nicht. So eine Scheiße. Guck mal, der leuchtet in der Mitte. Macht doch Schaden. Aua, alter. Oh, die Schöpfung geht hier entgegen. Was macht ihr gerade gemacht? Das war mein E gewesen, er ist explodiert. Also er sollte echt nicht gehen. Ja ne, das war so ein weißer, gelber Strahl. Hat er ge... Ja, ja, ein gelber Strahl, so, so. Hat er mich angestrult, oder was? Aua. Und es sah so aus, als ob er den umliegenden Gegner irgendwie die Seelen geraubt hat. Das ist ja ungeil. Wow! Alter, vor der Inuyasha. Sein Fan, ne, wie ist seine Waffe? Keine Ahnung. Ich denke, du warst so eine Yasha-Fan. Ach so, der Saiger. Der Saiger und seine Waffe, seine Attacke, die er immer gemacht hat. Rudi, weiß ich nicht, ich kämpfe hier gerade um mein Überleben! Ich kann es! Aber der Minotaurus haben wir abgehangen gerade. Hat er seinen Eingaufe, seinen Eingaufe, seinen Namen gehabt? Oh, ich bin tot! Ne, doch nicht. Tetsu war Tenshu, aber das war bei Bleach. Ah, der Typ kommt, der Typ kommt! Oh mein Gott, oh mein Gott, lass mich doch in Ruhe! Oh, Bruder, Alter! Ich glaube aber, man muss ihn jetzt irgendwie... Das ist ein Herz oder das Leuchtende da? Ja, ja, ja. Aber wir haben noch keinen Schaden an ihm, ja? Na, dann ist das Falsche. Oh, was Falsche? Ah, jetzt treffe ich ihn. Naja, er macht kein Damage. Komm her, komm her, komm her, komm her! Wir müssen ihm das Herz ausziehen, schnell! Ja! Ne, es geht doch alleine scheinbar. Jetzt ist es am Rücken. Oh mein Gott, ich wurde gem... Ich wurde gematscht. Brauchen wir ein bisschen Muni. Hast du ja irgendwo Muni gesehen? Ja, direkt am Eingang, wo wir runtergesprungen sind, war Muni. Ja, kacke. Liegt der Fünfer noch? Ach nee, das ist... Das in der Mitte ist meine Landmine. Ja, ich wollte gerade zusammenlegen einen Heiltank, aber nee. Nimm ihn ruhig. Okay, ich hab wieder Muni. Und ich bin wieder aufgelandet. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Äh, hinter der Säune von... Dann hau ich mal aus meine E-Attacke rein. Schade, er ist weggesprungen. Du hast mich getroffen. Oder irgendjemand. Ah ja, du hast mich wirklich getroffen. Nice. Ah ja, siehst du, du nimmst mich auch noch. Wenn man ein bisschen näher kommt, dann... Ich werde uns in die Fresse. Oh, das war nicht gut. Der Trick ist, dem Schmerz zu akzeptieren Erfolg bekommen. Was immer das bedeutet. Vorsicht. Der ist hinter dir. Hinter dir aber auch, Gegner. Schön, haben wir mal das Fass angegriffen, obwohl da keiner war, oder? Der war ein Gegner. Und die haben da gespawned. Okay. Der spawnt jetzt immer weiß überall. Wie ist der denn jetzt gerade weggeglitcht? Klar, schon wieder das mit den Seelen. Aber das hat mir Schaden gemacht diesmal. Ich bin auch fast tot, alter. Ich auch. Ich bin im... Im roten Bereich. Ah, aber der rote Bereich lädt sich wieder auf sich, Karler. Ah, cool. Ah, da ist er. Let's go. Machen wir doppelten Damage. Ne, leider nicht. Aber warum lädt sich denn dann eh so schnell wieder auf? Na, Headshots gehe ich gerne. Das war ja easy. Ah, der wurde ja gefickt von uns. Das sagt man doch nicht. Lass uns mal explodieren hier, neben dir. Ja. Okay. Aber mein Eindruck ist es nicht so cool wie dein Kettenbild. Das ist traurig. So, muss ich noch mal tanken. Ja, das richtig. Und zwar vorne liegt bestimmt auch mal was. Boah, meine Fresse, ey. Ist mein cooler Gegner. Prinzip war er so wie die Berserker zuvor, nur dass er halt auch springen konnte. Ja, der Sprung war jetzt nicht so gefährlich, oder? Ja, das ist halt jedes Mal ausgewichen. Wie, wie sieht so dein Leben aus? Roter Bereich halt. Okay. Ich hab ne Mieze gehabt. Kannst du deinen Haartrang nehmen auf dem... Da ist die Mieze. Den guck ich auch schon gerade wegen Mieze. Hahahaha. Nine lives won't save that beast. Oh, Joy. A handy potion. Unsere Hörer sind in der Stoenen Kirche. Aber wie werden sie ihren Weg zu den Top zu puzzeln? Puzzles. Oh, hier sind Fallen überall. Wenn du durch die Türen gehst, dann am besten jumpen. Jump, jump. Ich hab schon wieder eine. Wo ist er denn? Ich hab auch was gehört. Lol. Kann doch hier drüben gewesen sein. Okay, super. Dankeschön. Sehr gerne. Aber hast du die Startplattform gesehen? Die ausinitialisiert? Ich bin doch am rumgucken. Gott, Alter, ist das ein großes Areal. Ist ja widerlich. So groß ist es gar nicht. Es geht halt ständig im Kreis. Ne, den Start hab ich ja nicht gehört. Hier oder was? Das leuchtet. Ja. Ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo ich ran gehen könnte. Ich könnte an den ran. Ich könnte aber auch Carlos zu an den ran. Ja. Passiert da was? Schauen wir mal aus. Ähm. Kommt der irgendwo an? Na, der geht wieder auf die Wand zurück. Ich geh nochmal zu. Na ja, der hat nichts gebracht. Der? Ähm. Gucke kurz? Nee. Der? Genau, der, der bringt was. Okay. Kannst du in der Mitte bleiben? Ich schiebe das Ding mal. Bringt das was? Ja. Wobei? Nee, doch nicht. Okay. Bisschen Angst. Bringt das was? Nee. Ähm. Das hier? Nee, ist zu hoch. Ja, da komm ich nicht ran. Wir hatten am Anfang noch einen Moment. Wer da? Ah ja. Oder? Der schießt nach da. Der schießt nach da. Die ist da rüber. Oh ja, der trifft was. Ich mach. Oh. Ich hab Angst. Der prallt ab. Kommt der aber richtig? Nee, es macht nix. Den komm ich nicht ran. Den da oben bestimmt. Geh den in den ersten Raum vor Raum? Ja, korrekt. Ey, du hast den losgelassen. Hab ich? Ja. Oh, stimmt. Sorry, warte. Man steckt mich hinter der Säule. Genau, sehr gut. Und jetzt einmal mitten in die Mitte. Bestimmt, ja. Oh, etwas schweißig. Sieht eher wichtig. Bestand am Ende. Also, warum und dann das Ende. Das hätten wir nicht tun sollen. Es hat sich ne Tür geöffnet. Echt? Ja. Und woher weißt du das? Weil ich es gerade gesehen habe. Das waren aber nur die Seitentüren, die den Weg vorher besperrt haben. Nee, nee, das war eine weitere Tür, die vorhin nicht auf waren. Okay, hab ich nicht gesehen oder gehört. Da war aber, glaub ich, nur ne Kiste dahinter. Also, mindestens eine Kiste hab ich gesehen. Katze. Oh mein Gott, das ist der Geister. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde heute Abend schlecht schlafen. Ich hab gerade so eine Mie, 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 Mie. Ah, da oben ist sie, wa? Ja. Wir haben auch gleich direkt die Tür. Mhm. Und so unsere Heroin face the final challenge. Nicht schlecht. Ich wusste, dass die Glastikäte was schlafen haben. Aber das Geld kennen wir beide zusammen. Ding, 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 ding. Cool, cool. Also, wie sieht's bei dir lebenmäßig aus? Ich bin voll, aber hab keinen Trank. Das Gleiche geht's mir auch. Ich nehme immer einen. Wir finden sich nicht noch einen. So, Symbole finden, dann können wir da hinten das Rätsel noch mitmachen, bevor wir weitermachen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwo da... Hier... Das wurde... Das war so klar, dass das so kommt. Das war so unglaublich offensichtlich. Du musst nicht die kleinen Fenster nach draußen gucken. Hier ist aber auch zwei bei mir. Und das ist die linke Seite. Also dieser... Auch zwei. Mann, der irgendwie die Hände in der Luft hat. Aber das kann ich da nicht sehen. Ich hab einen Tornado und einen Riesenvogel. Und ich glaube, ich hab das mittlere Stück gefunden. Das ist auch ein Mann, der die Hände in der Luft hat. Also viermal Mann. Kann ich mir das nicht vorstellen. Looks like quite the brutal brain teaser here, Strange Brigade. So, und deins ist das rechte Stück. Okay. War einmal ein Tornado und dann der... der Vogel. Und welcher? Erst der untere und dann der oberen. Soweit ich das gesehen habe. Also erst Tornado. Guck nochmal kurz nach. Ja. Und dann das oberste. Easy. Das ist nicht so einfach für solche Pros wie uns. Wir haben beide ultra viel Cash. Letzten Run haben wir auch 13.000 mit nach Hause genommen. Letzte Mission echt? Mh. 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 Sorry. Ich wollte mal ganz los gucken, ob wir noch wohl diese Secrets haben. Habe nichts gesehen. Oh, so hab ich da recht. Mit uns fehlen noch... Mal kurz escape drücke. 1 und 2. 1 und 2. Aber dann haben wir... Dann hast du eins angeschossen, was ich nicht bekommen habe. Wir haben hier noch 1, 2. Die Bücher muss man ja aufsammeln, ja. Das ist ja für jeden einzelnen gewesen. Mh. So, jetzt sind wir hier. Ja. Ich hab mir vorstanden, dass hier aber auch noch irgendwo was ist. Und wir haben... Oh, da sind sogar 2 Heidren gerechtes bei der Muni Pack und bei der Muni Pack. Ich glaub von oben hatte ich auch an der anderen Seite auch noch einen gesehen. Mh. Gut, dass wir diese einzelnen Gegner jetzt nicht haben. Sehr gut. Hab ich sehr gut gemacht. Mh. Die hätten uns aber auch Energie aufgeladen, um den Gegner zu besiegen mit unserer Untie. Ach quats. Ach quats. Oh, guck, wer hat einen Flair für den theatrischen, blöden Jobswert. Hm. Dass der Steinwächter jetzt läuft, ist ja halbwegs realistisch. Aber dass er plötzlich einen Stab generiert bekommen hat, nicht. Oho. Just the ticket. Wow. Okay. Wohin da kann ich mich verstecken? Nirgends. Er hat alles kaputt geschossen. Und er aktivierte damit sogar die... die Fallen. Na, du musst dich vielleicht hier hinter verstecken. Ich weiß nicht genau. Mit diesem riesen Podest in der Mitte. Mh. Zweifle dran. Ich werde auch nicht erweizen. Hier überall Gegner. Sagt der nicht gerade, er hätte alle besiegt? Sagt der nicht gerade, es wäre cool, wenn wir... Ach so, wir müssen dodgen. Ja, easy. Der geht nur einmal rum. Rundherum. Dynamit. Kamehameha. Ah, herrlich. Was? Extra ammo. Good chef. Laser. Oh. Laser. Laser der die Typen weg? Oh, er kriegt halt keinen Bennett. Äh, da sind blaue... Ich weiß nicht, diese blauen Dinger da an der Seite. Siehst du die? Diese blauen Flammen? Ich weiß nicht, ob wir damit was machen müssen. Ey, ist der schon wieder? Herrgott, mach mal. Ich muss mir seinen Stab zerstören. Ah ne, wir können ihm den Kopf weg schießen. Das ist ein Steinwächter. Der ist im Prinzip aus Stein. Was? Ist wirklich so. Der Ninja ist umzingelt. Ist eben so. Alter, der Typ! Ja, ich muss auch schon mal den neuen Tank nehmen. So, aber ich nehme jetzt mal meine Dingsfähigkeit. Ah, da liegt ne Bombe. Scheiße. Alter, der hat nen nackten Arsch. Extra für dich gemacht. Wusste, dass du dich darüber freust. Alter, der Typ, der ballert einfach drauf. Los! Der hat ne ganze Salbe in seinen Hintern bekommen. Da hat nichts ausgemacht. Äh, du musst die Steinhaut kaputt machen. Guck mal, in der Mitte hat er wieder so ein erleuchtendes Herz. Wie der andere schießt. Vielleicht brauchen wir gleich wieder neue Muni, ey. Jetzt. Das Gegner einfach so respawnen finde ich doof. Das wär sonst einfach, ne? Die können ja gerne zu Horben aus irgendeiner Richtung kommen, aber... Respawn ist halt so unlobig. So, ich hab mir jetzt sein Herz getroffen. Ich hab' den Kamer. Weiß? Das geht um mich auch nicht der Wirtschaft. Na verdammt. Äh, meine Bombe hat ihn gerade weggehauen. Ne, der ist abgehauen, weil er... Lol, alter. Easy typisch. Oh, hier ist der Rückendeckung. Was schießt du denn? Auf dem Typen, der abgehauen ist. Der steht da oben. Der muss ich treffen. Boah, wuii. Der schießt einfach total random. Alter, hier sind der tausend Gegner. Ja, ja. Siehst du den ganz hinten? Oh mein Gott. Ich hab' ja grad schon versucht, das frei zu machen. Ich werd' mal kurz hier'n Dynamit hin. Bisschen, bisschen Platz machen. Ah, wer... Da wurde's ja nicht mal mit Dynamit getroffen. Mal verschwinden. Wir müssen sein blaues Herz da treffen. Ich komm' hier gerade hinzu. Nichts... Ah, klar. Ah, jetzt ist er da. Dann kann ich meine Fähigkeit auf ihn drauf klatschen. Die Hitmen sind noch keine Gegner. Genau jetzt ist er wieder weg. Und er ist so düng. Verschwindung, du Dreckzack. Wow. Okay, was hat er da getan? Komm runter. Komm runter. Kein Wunder, dass ich deine Fähigkeit so oft aufbreden. Die Dingern ist alle grad auf sich geflogen. Finde ich ja unfair. Okay, der Sprechner war sehr einfach. Wenn man einmal die Rüstung weg hatte, dann war der ziemlich easy. Geh' einen Bauer, Brigade! Eine andere, gefährliche Mission, die großartig erreicht wurde! Oh, ich hab' den Schub verpasst, was Spaß! Sniperwaffe hat man ja dann eher die Chance auch so alles mögliche aus der Ferne zu sehen, verlegt er ich glaube sowas wie Sniper gibt es ja nicht